Die Deutschmeister! Und das sind die Leitprobe, das sind die Wecken und das sind die Krampen und das ist die Burgmusik. Die Burgmusik? Die muss ich mal anschauen. Schau es dir an. Was hat sie denn in ihrem Wagen vergessen? Ein Strumpfband. Ihr Strumpfband? Bitte, Herr Vettrübel, könnten Sie heute ausnahmsweise einmal ein Auge zudrücken. Wenn die Welt einmusizieren, der Burg ist so hart, der Frühling ist da, dann muss ich bloß marschieren, der Gaut und der Gott stammen da. Ich möchte Ihnen Wien zeigen, der Prater, die Hauptallee, das Riesenrad, davon haben Sie schon sicher gehört. Ja, natürlich. Also, ich warte heute Abend vorm Haustor. Sag mal um acht... Pst, die Tante! Im Frühling die Mondschein, in Prager in Wien, von Weitem die Geigen, ein Duft von Jasmin. Von ringsum her hört es an, ganz leise muss ich... Wird es eben abgegeben, Auftrags des Herrn Baron von Zorndon. Was? Den gibt's wirklich? Eine Frage, Majestät. Bitte, wie alt sind Majestät? Ich? Wie alt ich bin? Wie alt ich bin? Bier ist klein! Bier ist klein! Und mein Wein! Und mein Wein! Und mein Wein! Oder was? Oder mein Wein! Nur gefälscht bitte, da werden wir Zeit! Wo ist einfach hier? Und das geselein! Und das geselein! Und das geselein! Applaus Der große Ausstattungsfilm von Ernst Marischka, Musik von Robert Stolz, mit der bezaubernden Romy Schneider und mit der unvergleichlichen Starbesetzung Magda Schneider, Gretel Schörk, Siegfried Breuer Junior, Hans Moser und Josef Meinrath, Paul Hörbiger und Wolfgang Lukschi, Adrian Gessner und Gunter Philipp, Susi Nicoletti und Richard Aibner, Fritz Imhoff und Heinz Konrads. Charme, Anmut und Humor, Musik und Gesang entführen uns in eine frohe Zeit, die für alt und jung in ihrer ganzen Pracht wieder aufersteht in dem einzigartigen musikalischen Großfilm Die Deutschmeister. Applaus Demnächst in diesem Theater. Demnächst in diesem Theater. Untertitelung des ZDF, 2020